Das wäre sehr schade. Bis jetzt einen ganz guten Run haben in Bezug auf das Einsammeln dieser V1-Mission. Ich sehe hier nichts Verstecktes, aber ich kann mir fast nicht... Es scheint mir komisch, dass es hier keine geben soll. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier nicht runter. Das haben wir auch nicht gebraucht zum Verstecken. So, warte. Na, dann gehen wir einfach mal raus. Die V1-Mission. zu haben. Kein Worte. In Wahrheit, ich sollte dich bedanken. Was bist du? Wenn es nicht für dich war, ich hätte nicht Jack zurückgebracht. Dann ist das dein eigenes Natur. Mehr oder weniger. Still interessiert? Ich finde kein Grund, um meine Objektivitäten zu verändern. Von dem Moment, wir haben wir, du hast auf die Emotionen gefeiert. Du sprachst für diejenigen weniger als du. Suche Menschen sind in den Billionen. Es ist unmöglich. Du kannst nicht alle Menschen in der Welt. Du kannst nicht alle Menschen in der Welt. Du kannst nicht alle Menschen in der Straße. Nach einer Ausführung, ich habe eine Schlussfolgerung. Deine Worte sind in Affinität für diejenigen, aus ähnlichen Umständen wie deine. Ich glaube so. Nicht viel von einem Super-Hero. Aber dein Emotionsstatus ist unverständlich. Vielleicht habe ich diese gleiche Affinität. Wenn du das fühlst, dann bin ich glücklich, dass ich dich mit dabei habe. Roger. Du kannst auf die Server-Runde, bei dem Fahrrad-Elevatort vor. Sehr gut. Ja, schade. Ich hatte gehofft, dass ich den, äh... Äh, da... Hoch! Ja, schade. Ja, schade. Oopsy-daisy. Boah. Ja, schade. Ja, schade. Ja, schade. Ja, schade. Boa. Oh, ja, oh, Mann. Okay, also hier. Boah, okay. Okay. Er hat sich, glaube ich, gerade getarnt. Oh, er ist ja verschwunden. Na, na, hau noch mal zu. Oh, boah, ich hasse es. Haha, vor Klassifizierter. Ich glaube, ich habe alles, was ich für eine kleine Überraschung brauchen. Okay. Ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist ziemlich nice. Machen wir hier noch was. Jo. Da oben liegt auch noch was. Aber ich glaube, das ist eine Rakete. Ja, okay. Raketenwerfer. Brauchen wir nicht. Reparaturpaste. Und sonst noch was. Äh. Puh, 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 puh. Ich glaube nicht. Können wir den auch so einfach mal aktivieren. Und dann mach ich so auf eine gemütliche, äh, Aufzugfahrt. Kann ja, wird ja nichts passieren, oder? Oder was machst du? Passiert hier was? Zack. Oh, oh. Äh. Zack. Darauf habe ich gewartet. Das ist ganz gut, wenn man, wenn man die Fischer, ähm, in die Ecke drängt. So, nice. Na, scheiß Bären. Aber wir sind ja bestimmt gleich oben, ne? Ziel. Ja. Nehmen wir die doch. Schau raus, in die Ecke. Na, komm, greif an, durch die Schlecke, komm ich ja. Oh, oder. Wow, kommt Perf, einmal her. Ja. Wow. Ja. Ja. Okay. Na, komm. No. 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 Okay. Oh, ich weiß nicht. Okay, Raketenwerfertypen. Aha, jetzt geht's. So, einmal bitte an die, Riden wird an die Gemüsetheke, äh, gerufen. Ja. Scheiße. So, benutzen den Block, den Elevator. Okay. Naja, hier muss man sich tatsächlich ein bisschen beeilen, ich glaube... Äh, hab ich geschafft? Okay. Hä? Ich bin irgendwie aus Versehen hier draufgekommen. Normalerweise dort ist es immer länger. Egal. Ist ja gut. Sehr gut. Jetzt schalten sie alle Feinde aus, na. Okay, fang ich mal mit den scheiß Luftfeestern an. Ey, die gehen halt gar nicht. Boah. Boah. Gut, dass man hier... ...so viel sieht. Danke für nix, Mann. Ich seh halt nix. Ist hier noch eins von den Fliegeviechern oder was? Okay, ist das noch eins da? Okay, aber wo ist... Boah, Alter, ey. Ist es denn weg? Okay. 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 Nice. Ich meine... Uncool. Ahhhh. Oh mein, wo ist dieser Scheiß... ...her hier, ey. Ah, wenigstens hab ich den Kackarm. ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was halt ganz cool ist, hier ist es auch nischt. Es ist wirklich faszinierend, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Das war's für heute. 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 Okay. 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 So. Well, let's say I control. It should pose no problem for you, yes? Okay. 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 ein Fratzel. Puh. Kann fragen. Ah, na gut. Keine Ahnung. Also den hier auf S zu machen, ich weiß nicht. Ich glaube, dazu muss ich das Spiel ein paar Mal durchspielen. Ich glaube, dass du mit dem Lernen vertreten hast. Ich glaube, dass du mit dem Lernen vertreten hast. Ich glaube, dass du mit dem Lernen vertreten hast. Das gleiche Regimen, wie du in Liberia hast. Ein Programm effektiv. Einfach wie du bist. Natürlich, es läuft in der realen Welt, einfach ein bisschen zu kompliziert. Aber es ist ein Verständnis, kein Verständnis, kein Verständnis. Das ist wie ein Traum. Vielleicht ist es ein Traum. Sie töten ein paar V.O.W. Ein paar Zivilisten. Sie lieben es. Wir geben ihnen ein Traum. Wir geben ihnen ein kleines Geheimnis. Wir geben ihnen ein kleines Geheimnis. Eine andere Sache, Sie haben in common. Ich habe das. Sie sind Kinder, du scheiße. Und die Kinder sind schrecklich. Alle Menschen sind von Natur. Sie verlieren sich mit ihnen, wenn sie älter sind. Sie denken, dass sie richtig und falsch wissen. Sie sind schrecklich. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Sie können sich das schrecklich machen. Manipulieren sie in die ganzen Veränderungen zu machen. Und es gibt nichts wie eine gute Veränderung, um eine Veränderung zu halten. Das ist das, ich schütze dich. Sie sehen nicht mehr das große Bild, oder? Sie nehmen die ganzen Leute an. Sie nehmen eine gute Veränderung. wie sie es gibt. Sie nehmen das Schrecklich zu haben. Sie nehmen das Schrecklich an. Sie sehen nicht mehr. Sie sehen nicht mehr. Sie werden aus der Einladen. Wir machen nicht den Markt für Krieg. Und wer macht? Die Patriots sind weg. Die Leute haben einfach die Ekonologie der Krieg. Sie haben es nicht. Du denkst, dass jede Battelle in der Geschichte alles Teil von einer großen, alten Konspiratat? Bullshit! Krieg ist nur Teil von dem wir sind. Warum kämpfen sie? Wie geht es? Wie geht es? In drei Stunden. Die Beobachtung für die PMC ist, wie die guten alten Zeiten nach 9.11. Was bist du hier? Nicht hier. Follow mich. Brennan! Schau den Sandowner! Nicht verlieren sie diese Zeit! Ich lose hier gar nix. Fuck nur... Wow! Okay, das wusste ich nicht. Äh, ja, manchmal gibt's hier einfach so versteckte Gegner, also... Okay, hier mach ich mal grad nur eine Biege. Aber diese... diese Luftdrohnen hier... Mann! Okay, pass auf, ich muss mich dringend um diese Luftdrohnen hier kümmern. Oh, come on! So, ist noch einer. Oh, Mist. Nein, Mann! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt kann ich mich um die hier kümmern. Ja, probieren wir's mal. So, so komm ich gleich an meine Energie wieder, ohne... Äh, dass ich... Ja, alles klar. Sehr gut. Nice, too. Okay, okay, geht grad mal weg. Na, komm her, Junge. Oh, schade, das war knapp, ich dachte, ich krieg ihn hier noch mit. Ja, war ein bisschen, alles war ein bisschen unspektakulär jetzt hier, aber... Ah, Mann. Den haben wir noch mitgekriegt. Okay, hier muss man echt ein bisschen aufpassen. Kommt noch was? Nee. Ah, Kampf an 10. Aber gut, okay, das war so ein halt versteckter... Äh... So ein versteckter Kampf. Ähm, hier will ich natürlich aufpassen, ob's hier noch irgendwas zu holen gibt. Ähm... Okay, hier oben sind wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Die holen wir uns da, auch wenn's irgendwie geht. So, hier einmal komm ich durch. Upsi, upsi, upsi. So, nochmal eins. Den haben wir. Auf der anderen Seite geht's auch noch irgendwie weiter. Und jetzt, upsi, hier ist nix. So, komm hier hoch. Ich schau noch kurz zurück. Weil manchmal versteckt sich hier hinter was so hinter... Hinter so Säulen und das so fies versteckt. Und das sieht man halt einfach nicht. So wüsste ich, wenn man, äh... Aber, das sieht gut aus. So, das haben wir. Datenspeicher. Okay. So, haben wir noch mehr hier. Ähm... Nee, unser Ziel. Und so sehe ich grad nichts mehr. Dann wollen wir uns mal dahin begeben. Aber hier ist hier noch was. Das sieht auch so aus, das könnte es hier noch was geben, aber... Das ist irgendwie nicht. Das ist auch nix. Aber hier. Nummer 17 wahrscheinlich. Hm. Hm. Wie komm ich denn da hin? Ah, pass auf. Vielleicht geht das nur... Hier mit? Oder... Hier mit? So, jetzt... Jetzt schon mal hier mit hinterher vielleicht. Oder mit der Granate einfach. Nee, das war's schon. Okay. Jetzt hab ich nicht gesehen, wie viele Punkte ich gekriegt habe. Hab ich... Wie viele Punkte hab ich gekriegt? Na, egal. Ähm... Okay. 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 Okay.